Hallo in die Runde, herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Oliver Glasner vor dem Bundesliga-Heimspiel. Übermorgen am kommenden Samstag um 18.30 Uhr im natürlich ausverkauften Deutsche Bankpark empfängt unsere Eintracht, den SV Werder Bremen. Oliver, wie lief denn die Trainingswoche bis jetzt? Ja, hallo, von meiner Seite sehr positiv. Wir haben eine super Trainingswoche hinter uns. Das Allerfreulichste ist natürlich, dass bis auf Junior alle Spieler fit sind, auch immer im Training dabei waren. Wir hatten gestern ein überragendes Training, schon lange nicht mehr so eine gute Intensität und Spielfreude im Training gehabt. Und ja, heute ähnlich, also von dem her bin ich sehr zufrieden. Perfekt, dann gehen wir direkt in die Fragerunde an den Cheftrainer. Kurzes Handzeichen und dann kann es losgehen. Philipp Hofmeister vom Hessischen Rundfunk. Herr Glasner, bei Eintracht Werder denken wir natürlich alle an dieses Hinspiel zurück in der Hinrunde. Das war wirklich, glaube ich, Vogelwild, dieses 4 zu 3. Auch so ein Spiel, was wirklich haften geblieben ist, trotz all der vielen Spiele, die es schon gab in dieser Saison. Wie wild, glauben Sie, wird es übermorgen am Samstag, wenn Sie so auf die Entwicklung der eigenen Mannschaft gucken und auf die vom SV Werder? Ich finde nicht, dass das Spiel wild war. Es waren viele Tore. Es waren, ich denke, in unserer Offensive eins unserer besten Spiele in dieser Saison. Wir haben übrigens die ganz schlimme Viererkette gespielt. Und waren wahnsinnig variabel, haben wahnsinnig viel Speed und Tempo in der Offensive gebracht, haben wunderschöne Tore erzielt. Und wild wurde es halt, weil Bremen bei Standard sehr effizient war und hinten raus dann nochmal den Elfmeter bekommen hat, ich glaube in der 90. Minute. Aber sonst, ja, es ist halt ein Spiel, wo beide Mannschaften sehr gerne nach vorne spielen, wo beide Mannschaften Spiele in ihren Reihen haben, die jederzeit Tore erzielen können. Aber wild ist für mich, wenn es 90 Minuten rauf und runter geht. Das kann auch mal ein 1-0 sein. Ich habe gestern Dortmund gegen Chelsea gesehen. Das Ergebnis ist nicht wild, aber das Spiel war teilweise ziemlich wild. Also von dem her war es ein sehr torreiches Spiel, aber nicht wild. Roman Unger von der BILD-Zeitung. Herr Klassner, Sie haben die Standards im Hinspiel gerade schon angesprochen. Ist das auch was, mit dem Sie am Samstag rechnen bei Werder? Die haben ja mit Niklas Vögel, guck da jemanden, der ja körperlich sehr stark ist, auch kopfballstark. Ist das, wird das ein Mittel sein, das Werder anwendet? Ja, jede Mannschaft versucht es anzuwenden. Und ja, das war natürlich jetzt Thema und auch ausführliches Thema diese Woche, weil wir ja das Spiel einfach in Köln und wir haben uns das auch noch mal sehr genau angesehen. Ich finde, dass die Mannschaft deutlich zu schlecht weggekommen ist aufgrund des Ergebnisses. Aber für uns ist wichtig, das dann objektiv zu betrachten. Und Köln, glaube ich, hatte aus dem Spiel heraus drei ganze Abschlüsse in ihrem eigenen Stadion. Alles andere waren eben Standards. Und sonst haben, und bei uns war halt, ja, diese, das ist aber wichtig, das haben wir auch noch mal besprochen, ja, diese letzten Pässe, muss man auch sagen, Köln hat immer wieder einen Fuß dazwischen, ein Bein dazwischen bekommen. Oder wir waren zu ungenau oder eben im Abschluss nicht konsequent genug. Und ja, aber Standards war natürlich diese Woche ein Thema bei uns. Und ja, auch das kann ich euch versprechen. Wenn es alle ärgert, dann ärgert es uns sicherlich noch mal deutlich mehr. Und ich habe auch gesagt, ich bin sauer. Und das habe ich ja dann auch gelesen nach dem Spiel. Aber wir alle waren brutal sauer, weil wir gesagt haben, wie können wir dieses Spiel verlieren? Aufgrund unserer Leistung hätten wir es nicht müssen. Aber dann auch noch mal den Fokus auf diese Details. Und jetzt kommt wieder so die Crunch-Time, ja, haben wir letztes Jahr schon gehabt. Und jetzt kommen sie wieder in allen Bewerben. Und dann ist es wichtig, in den Details gut zu sein. Ja, es hilft uns nicht, wenn wir dann eine der höchsten Passquoten im Kölner Stadion haben, aber die im Mittelfeld ist und nicht in der gegnerischen Hälfte oder im gegnerischen Strafraum. Sondern hier diese Qualität, diesen Fokus auf wirklich die Kleinigkeiten zu lenken. Das war so ein bisschen auch noch mal der Schwerpunkt. Und da gehören natürlich die Schuldiger Standards dazu, ganz klar. Christopher Michel, bitte, von Sport1. Herr Klaas, einen guten Tag. Sie haben gestern das Training angesprochen. Da hatten Sie auf der einen Seite mit der Dreierkette zwischen Endika und Tuta wieder Christian Jakic spielen lassen. Ist das dann jetzt auch eine sehr realistische Option für Samstag, auch mit Blick auf eine eventuelle Rotation, weil ja auch eine sehr wichtige englische Woche mit mehreren Wettbewerben ansteht? Ja, natürlich ist Hase eine Option, es ist Smoller eine Option und es ist Christian eine Option, der das im Herbst dann auch in einer sehr erfolgreichen Phase von uns immer wieder gespielt hat. Und ich habe das schon vor der Saison gesagt, jeder hat so seine Vorteile und jeder hat vielleicht auch so seine Problemzonen, wenn er dort spielt. Und ich habe mich noch nicht entschieden, aber einer von den Dreien wird dann in der Zentrale spielen. Nur bei Sebastian. Philipp Hofmeister. Mit Blick auf diese genaue personelle Besetzung, Herr Glasner in der Abwehr oder vielleicht auch in der Mittelfeldzentrale, ich will jetzt gar nicht dieses abgedroschene Mentalitätsthema aufmachen, weil ich glaube, dass Ihre Mannschaft auch unabhängig davon, wer spielt, kein Problem mit Mentalität hat. Aber ist vielleicht Wehrhaftigkeit auch ein Thema momentan in dieser Phase, das Sie vielleicht auch danach jetzt aufstellen? Nein. Also ich denke, wir können über alles sprechen, aber wir können nicht darüber sprechen, dass sich die Jungs nicht wehren, dass die Jungs nicht wollen, dass die Jungs sich nicht auch bei jeder Standard reinwerfen. Da muss man schon wirklich, und das ist natürlich unsere Aufgabe und nicht eure, uns im Detail damit beschäftigen. Wir haben ganz oft zweite Bälle, die dann wieder reinkommen oder jetzt das zweite Tor. Wir klären den ersten und dann sind wir halt einen Tick zu spät und wird, glaube ich, auch noch abgefälscht. In Freiburg ähnlich, wir klären die erste Ecke und danach und dann ist halt, ja, dann gibt es halt so ein Missmatch, wo Daichi, ist jetzt kein Abwehrmonster im Strafraum, aber er ist halt dann in der Situation gegen Ginter und ja, Ginter ist halt dann auch in dieser Phase, in dieser Situation wahrscheinlich besser wie Daichi. Aber dass sich hier irgendeiner nicht wehrt oder irgendeiner nicht will oder das auf die leichte Schulter nimmt, das schließe ich zu 100 Prozent aus, dafür kenne ich die Jungs zu gut. Aber unsere Aufgabe ist es da jetzt vielleicht auch die ein oder andere Lösung zu finden. Wir haben uns auch mit ein paar Spielern aus der Mannschaft zusammengesprochen, weil die auch. Wir haben den einen oder anderen, der sehr viel Erfahrung hat im Fußball und schon viel erlebt hat und dieses, ja, ist auch immer wichtig, welches Gefühl haben die Spieler am Platz und da haben wir uns ausgetauscht. Das Schöne war, dass die Lösung der Spieler deckungsgleich war oder der Lösungsansatz, wie der von uns im Trainerteam und dann haben wir das sehr schnell zusammengeführt und ja, diese Woche eben auch trainiert und thematisiert. Starten wir vorne in der ersten Reihe und dann Sonja Palabar. Den Anfang macht Peppe Schmidt vom Wiesbadener Korea. Herr Glasner wundert Sie ein bisschen, dass ausgerechnet drei Tage vor dem Spiel gegen Neapel die Eintracht das letzte Spiel am Samstagabend hat. Also mich hat das sehr gewundert, dass man also die Neapolitaner, die spielen also morgen schon einen Tag vor und die DFL nimmt so viel Rücksicht, dass sie der Eintracht das letzte Spiel am Samstag gibt. Ja, wir haben heute eigentlich drüber gesprochen, weil ich glaube, Ben Ficker, da ist überhaupt die Runde am Wochenende ausgefallen und haben es vorher gespielt, dass sie eine Woche Vorbereitungszeit haben. Neapel spielt Freitagabend und ja, wir spielen Samstagabend. Ist so, regen wir uns nicht drüber auf, aber wir haben es schon auch wahrgenommen. Aber ich kann mich mal erinnern, im ersten Halbjahr, wo ich hier war, hatten wir ein Europa-League-Spiel in Fenerbahce, wo es noch darum gemäßt hat zu werden und Leverkusen war schon durch und haben neun Spieler rotiert am Donnerstag und wir haben am Sonntag trotzdem 5-2 gewonnen. Also diese Ausrede gibt es bei uns nicht. Sonja Pal von FFH. Ja, Herr Glasner, ich hatte gestern beim Training die Gelegenheit, mit einigen Fans mich ein bisschen zu unterhalten, wie die die Lage so einschätzen, jetzt vor diesem Bremen-Spiel und vor Neapel. Und eigentlich waren sich da alle unisono sicher, die Eintracht ist so erfahren inzwischen, die kriegen da auf jeden Fall das Ding umgedreht und dass sie volle Lotte gegen Neapel auch gut über die Runden kommen beziehungsweise es erfolgreich gestalten können. Wie sehen Sie dieses Spiel gegen Werder Bringen konkret? Ist das dann wirklich jetzt das Spiel, wo Sie sich darauf vorbereiten können auf Neapel oder sehen Sie das wirklich separat? Nein, wir haben eigentlich ausschließlich über Bremen jetzt diese Woche gesprochen. Natürlich haben wir uns im Trainerteam, weil die Zeit etwas kurz ist. Wir beschäftigen uns schon wochenlang auch mit Neapel, aber die Spieler, die hören und sehen, jetzt ab Sonntag Neapel bis dorthin gibt es ausschließlich Werder Bremen. Und da machen wir da auch wirklich überhaupt keine Gedanken. Das war ja auch da und das ist nicht so lange her, auch wenn die WM dazwischen war im Herbst. Wir hatten mit Sporting auch so ein All-or-Nothing-Spiel und davor waren wir fokussiert und wir waren auch danach fokussiert. Also nein, wir haben das, denke ich, ganz gut im Griff und wir wollen auch, wir haben das gesagt, wir wollen in jedem Spiel unsere Leistung auf den Platz bekommen. Und auch da nochmal, ich denke, dass wir in Köln vieles auch wieder gut gemacht haben und ein paar Kleinigkeiten nicht. Und das ist vielleicht auch so, wenn du fast monatelang immer nur am Gewinnen bist, viele Tore schießt, die Tore sind immer relativ einfach gegangen, jede erste Chance war gleich drinnen. Und dann kommt vielleicht zu einem Unterbewusstsein, ja, das geht schon, wir schießen schon die Tore. Und das ist halt nicht, du musst ja jedes Tor verdienen und du musst immer konzentriert bleiben in allen Kleinigkeiten. Und deswegen war es vielleicht auch mal so ein Warnschuss, der dann wieder hilft, den Fokus zu finden. Und auch das haben die Jungs uns allen diese Woche wirklich toll vermittelt. Wenn ihr im Training wart, habt ihr gesehen, welches Feuer in diesem Trainingsspiel war, welche Aggressivität war, wie viel Druck wir ausgeübt haben und trotzdem, wie oft wir uns auch schnell mit wenig Kontakten befreien konnten. Und das, ja, das bin ich wahnsinnig zuversichtlich für die nächsten Spiele. Ingo Dostewitz von der Frankfurter Rundschau. Also ohne jetzt auch zu sehr darauf herumzureiten, aber wir hatten schon so ein bisschen den Eindruck, dass die Kölner es ein bisschen mehr wollten. Hatten Sie den Eindruck nicht, oder weil Sie vorhin auch gesagt haben, Ihre Mannschaft kam Ihnen zu schlecht weg, ärgert Sie so eine Darstellung womöglich sogar? Ach, das nehme ich zur Kenntnis. Ich habe schon gesagt, das war so bei den ganzen Transferspekulationen, wenn ich mir da immer, ich würde ja kein Auge mehr zumachen. Also wieder hier sitzen mit Augenringen wie ein, weiß ich nicht, 120-Jähriger. Also nein, für mich ist immer wichtig, dass wir bei uns bleiben, dass wir natürlich kritisch mit uns umgehen. Und das sind wir, auch die Spieler, die ärgern sich ja auch genauso. Und ich denke, nicht wollen. Jetzt können wir wieder, weil die Kilometer, Köln ist knapp 126, aber wir haben auch 122 wieder abgerissen. Ja, und ich habe das im Vorfeld gesagt, Köln ist halt wahnsinnig laufstark. Sie bekommen immer wieder aufgrund dieser Laufstärke auch, der Benno Schmitz spitzelt noch den Kolomoane den Ball weg. Lindström wird noch gehindert am Torabschuss. Kamada am ersten Pfosten ist noch einer da. Beim Chip, den er sich dann super runternimmt, kommt noch der Ball ferne in den Verteidiger und spitzelt den Ball weg. Also wir waren immer dran, aber Köln hat es auch. Und das muss man auch, Kompliment an Köln, immer wieder ein Bein dazwischen bekommen, aufgrund ihrer Spielweise, aufgrund ihrer Einsatzbereitschaft. Aber dass wir jetzt weniger gemacht hätten, also denke ich nicht. Aber sie haben halt in diesem Spiel vielleicht in dem Bereich Standards, wo sie vielleicht Vorteile haben, diesen Vorteil, diese Trumpfkarte haben sie gezogen. Und unsere ist leider im Talon geblieben. Roman Unger. Herr Glasner, wir haben jetzt Mitte, Ende Februar und es gibt noch keine Klarheit, wie es bei Kamada und Indika weitergeht. Gehen Sie mittlerweile davon aus, dass die im Sommer weg sind? Oder wie sieht da grundsätzlich Ihre, Ihr Wunsch ist klar, aber wie sieht da Ihre Sicht aus? Was sagt Ihnen Ihr Gefühl? Mein Gefühl sagt mir das, was ich mit den beiden Spielern bespreche, aber das sage ich euch nicht. Und ja, ich glaube, da geht es im Verein so und bei mir auch. Die Situation ist so. Markus hat auch ganz klar gesagt, es gibt kein Ultimatum. Ich bin mit den Spielern immer wieder mal im Austausch. Und ja, sollten Sie woanders oder sagen, okay, wir wollen nächstes Jahr woanders spielen, dann denke ich oder das wünsche ich mir und das erwarte ich mir auch. Da ist auch die Kommunikation klar zwischen uns, dass wir das vorher erfahren, bevor ihr es schreibt. Und davon gehe ich auch raus. Und von dem her, ich habe bisher noch nicht von keinem erfahren, dass er irgendwo unterschrieben hätte. Aber auch das, dann wäre es halt so. Und er war trotzdem bis 30. Juni unser Spieler, und davon bin ich bei jedem Einzelnen überzeugt, der alles für den Erfolg der Eintracht und der Mannschaft geben würde. Egal, wie die Zukunft aussieht. Aber ich weiß es nicht, was da rauskommt. Bitte, Nachfrage, ja. Haben Sie das Gefühl, dass diese unklare Zukunft bei den beiden, dass sie das auch sportlich irgendwie beeinflussen könnte? Nein. Christopher Michel. Herr Glasner, jetzt ist es ungefähr einen Monat her, dass ich eine Junior Ibimbe verletzt hatte. Sie haben es ja angesprochen, der einzige Spieler. Können Sie da trotzdem mal nach einem Monat so ein erstes Update geben, wie es ihm geht, wie da der Heilungsverlauf ist? Weil anfangs wurde ja sogar spekuliert, vielleicht sogar ein Saisonende bei ihm droht. Vielleicht können Sie da ja einfach mal... Ich habe ja einen Champions League Kader gelesen. Der ist drauf. Also ist definitiv aus unserer Sicht kein Saisonende. Aber wann es dann so sein wird, Breher läuft eigentlich optimal, ist topbetreut, zieht auch super mit. Er ist seine erste schwere Verletzung, seine erste Operation. Er ist aber wahnsinnig positiv. Und ja, wir hoffen dann mal, dass wir gegen Neapel weiterkommen. Also Neapel kommt definitiv zu früh. Aber ich weiß gar nicht, wann die nächste Runde wäre. Vielleicht ist er dann schon wieder auch ein Thema. Ingo Durstelitz. Klasse, Sie haben eben mal gesagt, die Lösungsansätze der Spieler deckten sich mit denen des Trainerteams. Um was ging es denn da eigentlich? Auf die Frage habe ich nur gewartet. Ja, ich nicht. Ja, schauen wir mal, ob es die richtigen Lösungsansätze sind. Das wird sich dann am Samstag zeigen. Wir haben ja auch nicht aus Lust und Tollerei heute die Vorhänge zugezogen, sozusagen, damit nicht jeder gleich weiß und sieht, was wir uns überlegt haben. Aber ja, wir haben halt aufgrund unserer Analyse, aufgrund des Gefühls der Mannschaft jetzt, oder ja, wir werden etwas verändern, wo wir denken, und das ist ja klar, wir wissen es noch nicht, aber wo wir denken, damit können wir diese hohe Anzahl der Standard-Gegentore verringern. Ich denke, wir werden es nicht ausschließen können. Auch das, wir haben jetzt, glaube ich, knapp 50 Prozent unserer Gegentore in der Liga sind in der Standardsituationen. So im Schnitt sind es 30 bis 35 Prozent und wir werden alle schon happy, wenn es Richtung Schnitt geht. Ich denke, aufgrund unserer Konstellation, unserer Spieler, unserer Größe und Robustheit, die wir haben, werden wir wahrscheinlich nicht die beste Mannschaft werden bei Defensivstandards. Aber ich sage, in diesem Bereich, und das ist schon der Einzige, da wäre ich auch mal mit Durchschnitt zufrieden. Aber wir wollen definitiv nicht die Schlechtesten sein. Und auch da, wir werden alles dran setzen. alle gemeinsam und dass wir hier diese rote Laterne schleunigst abgeben. Gibt es noch Fragen? Peppi Schmidt. Ich habe noch mal eine Frage, wir dürften ja beim Training gestern dabei sein und das sehr intensiv verfolgt, hat mich interessiert bei dem Abschlussspiel am Ende. Warum haben Sie da bei Elf gegen Elf noch mal das Spielfeld verkleinert, um den Druck zu erhöhen auf den Passgeber? Oder mich wundert, früher hat man gesagt, also am Ende macht man ein Spiel Elf gegen Elf und guckt noch mal. Mich würde es einfach interessieren, was der Grund ist, dass dann noch mal fünf Meter am Spielfeldrand weggenommen waren. Ja, früher haben wir alles anders gemacht. Ich bin auch noch huckepackt den Berg hochgelaufen und das Kreuz war im Arsch. Also von dem her, ja, nein, wir spielen eigentlich so gut wie nie über das ganze Feld. Wir schneiden immer wieder vielleicht mal was weg, wir schneiden mal die Ecken weg, wenn wir wollen, dass die Spieler, dass wir ein diagonales Spiel im Aufbau bekommen und im gegnerischen Strafraum die Boxbesetzung forcieren, die einläufen auch vom Ball fährenden Spieler. Oder wir machen mal in der Länge etwas weg, um vielleicht mehr Richtung Spielverlagerung zu gehen. Und wenn wir das Spielfeld enger machen, was bekommst du dann mehr? Nee, du bekommst mehr Tiefe. Und dann wollen wir halt das tiefe Spiel forcieren, weil du hast halt weniger Raum in der Breite, aber mehr in der Tiefe, wenn wir die ganze Länge spielen. Und das war uns wichtig, dass wir nicht dann auch zu viel in die Breite, sondern auch mehr geradlinig, habe ich von dem einen oder anderen Coach in letzter Zeit gehört, geradlinig Richtung Tor spielen, was ja auch eine unserer großen Stärken ist. Und ja, das gibt es immer wieder, dass wir da das Spielfeld ein bisschen verändern, um diese Schwerpunkte, die uns wichtig sind, nicht aufgrund von Reinschreien zu bekommen, sondern aufgrund von Spielfeld, aufgrund von Regeln, die Spieler quasi dazu gezwungen werden. Ingo. Klassner, Jesper Lindström war ja in dem vorletzten Spiel mit dem Oberschenkel raus, jetzt gegen Köln hatte ich so das Gefühl, er kam nicht so richtig rein, ein bisschen zu verschnörkelt. Ist das so oder täuscht da der Eindruck? Am Ende war er fast unser gefährlichster Spieler. Er war bei den meisten gefährlichen Situationen mit involviert und hat halt, und das passiert auch manchmal, wenn du ein paar Tage raus bist, so vielleicht das Letzte, dieses Feingefühl für die Situationen nicht gehabt. Aber er war wirklich bei wahnsinnig vielen Aktionen dabei. Und ich bin auch sicher, dass er jetzt wieder, jetzt ist er wieder besser im Rhythmus, jetzt hat er wieder ein bisschen mehr Gefühl, dass er jetzt wieder auch bessere Entscheidungen treffen wird und Abschlüsse und Torschancen kreiert. Gut, ich glaube, das war's. Alle Fragen beantwortet. Danke euch, danke schön, Oliver. Viel Erfolg am Samstag um 18.30 Uhr gegen den SV Werder Bremen im, wie gesagt, ausverkauften Deutsche Bankpark. Für alle, die nicht im Stadion dabei sein können, die Partie wird live auf Sky übertragen mit einem langen Vorlauf und Oliver dann um 18 Uhr im Interview vor dem Spiel. Und die Partie wird natürlich auch bei Eintracht FM im Audiokommentar übertragen. mit Experte und Co-Kommentator Dragoslav Steppi-Steppanovic. Freuen wir uns drauf. Schönen Tag noch, danke euch. Tschüss.